So, hallo Leute, ich habe hier den Ausgang von meiner Verortung, das heißt, ich komme hier raus aus der Inpflichtnahme des Ortes. Es ist ein wenig windig, Entschuldigung, hier komme ich raus, hier zu Fuß, die wollten mich für immer an einen Ort setzen, hier in Bayreuth. Stell dir vor, das wäre der Kessel gewesen, um mich herum, das hat nicht können gehen, weil ich zu Fuß rauskomme bei Geist über Materie, bei Geist über Materie. Ja, das ist das Geheimnis, es ärgern sie mich natürlich noch in meiner Wohnung, weil die ist da in der Richtung, die ist noch Richtung Innenstadt, aber die habe ich so lange, ich wahrscheinlich sterbe, wenn es geht. Und dann geht es weiter, berühren sie mich noch unsichtbar und es unterdrückt, Gedanken, Zauber, scheinbar, aber das war's. Ich habe jetzt lorop3.cracker.info neu, lorop3.cracker.info und Terminator Themes und arbeite am neuen Beitrag, arbeite am neuen Beitrag über verschiedene Fernsehsendungen und guter Stimmungsmusik. Bis dann, auf 3.cracker.info.